Es begann alles mit Wärme. Bei einer Temperatur von 10 bis 32 Kelvin kam das Universum zu sein. Und, Billionen von Jahren später, so hat das Leben auf unserer Planeten. Es ist eine unige Balance von Wärme und Wärme, das unsere Welt dreht. Auch bei FISMAN hat alles mit Wärme angefangen. Denn Wärme, das ist ein Grundbedürfnis der Menschen, das unser Familienunternehmen seit 100 Jahren erfolgreich befriedigt. Viele kennen FISMAN ja als Experten für Wärme und Kälte. Aber uns beschäftigt auch schon seit Jahrzehnten, wie Energie nachhaltig entsteht und wie man sie für unsere Kunden effizient nutzbar machen kann. Damit nicht nur die Füße warm sind, sondern auch der Kühlschrank und das Elektroauto angetrieben werden. 12.000 Wiesmann-Employees in der Welt machen das möglich. Und sie sind nicht alleine. Denn was ihnen guidet, ist die Erfahrung unserer Installanten, und die Anforderungen unserer Kunden. Wir arbeiten schon seit 20 Jahren mit der Firma FISMAN sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen. Ein Riesenvorteil von Netzteilheitssystemen ist, dass wir den Fehler schon mitkriegen, bevor der Kunde überhaupt weiß, dass eine Störung kommt. Die Digitalisierung ist ein Element dafür, dass wir unsere Welt auch ohne fossile Brennstoffe im Laufen halten können. Aber es ist nur ein Baustein. Der andere Baustein ist, dass wir die fossilen Brennstoffe, so wie wir sie heute nutzen, maximal effizient einsetzen müssen. Und ich glaube, wenn wir das kombinieren, haben wir sehr, sehr gute Chancen auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Im Wissen um den besonderen Wert von Ressourcen bekennt sich FISMAN zur Nachhaltigkeit. Wir wollen uns einen Beitrag leisten zur Erhaltung der Lebensgrundlagen der künftigen Generationen.